Immer wieder höre ich von älteren Golfern, dass es ja gar keine Sinn mehr macht, an ihrem Golf zu arbeiten. Sie sind zu unbeweglich, sie haben nicht genug Kraft und können einfach ihren Schlag nicht verbessern. Und ich finde das immer sehr traurig, wenn das jemand sagt, weil das stimmt ja gar nicht. Auch ein 85-Jähriger kann theoretisch sein Golfspiel verbessern mit einfachen Tricks. Und diese Tricks möchte ich jetzt mit dir besprechen. Hallo, mein Name ist Christoph Bausig von Progressive Golf Video. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn du das möchtest, würde ich dich bitten, meinen Kanal hier unten zu abonnieren und die Notifikationsglocke zu drücken. Das ist ganz wichtig, damit wir uns nicht mehr versäumen. So, was sind nun diese Ratschläge, die ich älteren Golfern gebe, damit sie sich leichter drehen, damit sie mehr Schlaglänge bekommen können? Nun, das Erste ist natürlich einmal, dass ich irgendwie eine Art Rotation bekommen muss. Und Rotation geht einfach in höherem Alter nicht mehr, weil einfach die Hüften nicht mehr beweglich sind. Aber da kann man ein wenig schwindeln. Und zwar, was du dir als allererstes mal anschauen solltest, ist deine Standbreite. Stehst du zu breit, wie ich jetzt hier, dann wirst du Probleme haben, dein Becken zu drehen. Es steht nirgends geschrieben, dass man nicht deutlich enger stehen kann. Wenn ich jetzt meinen Stand wirklich nur so eng habe, schau her, auf einmal kann ich mich sehr einfach drehen und ich kann sofort ein paar Grad rauszwicken, um etwas mehr Drehung zu bekommen und damit auch mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit. Das heißt, als erstes bitte, kontrolliere, ob du eh nicht zu breit stehst. Du stehst erst dann zu eng übrigens, wenn du das Gefühl hast, dass du herumwackeln anfängst. Also suche eine Standbreite, wo du sagst, da fühle ich mich wohl und dieser verwendest du mal das nächste Mal, wenn du Golf spielen gehst. Die zweite Sache, die du dir da anschauen solltest, ist, wie du dich ausrichtest. Und zwar, wenn jetzt hier dein Ziel ist, in diese Richtung hier, dann stellt man sich ja klassisch normal gerade hin mit den Füßen, mit den Hüften, mit dem Oberkörper. Aber wenn du jetzt zum Beispiel hergehst und den rechten Fuß etwas nach hinten gibst, dann siehst du auch jetzt, dass mein Becken auf einmal nach rechts zeigt, mein Oberkörper nach rechts zeigt, aber ich tue mir auch jetzt viel leichter zu drehen. Das heißt, du kannst bereits die Drehung durch das Setup vorwegnehmen. Es steht nirgends geschrieben, dass man gerade stehen muss beim Golfspielen. Und das heißt aber auch nicht, dass der Ball deswegen nach rechts weggehen wird, weil am Ende des Tages ist es dann wichtig, wohin die Schlagfläche zeigt und wie die Schwungbahn ist. Aber bloß, weil ich jetzt nach rechts stehe, heißt es noch lange nicht automatisch, dass ich jetzt eben die Schlagfläche offen haben muss. Sprich, wenn ich den rechten Fuß jetzt nach hinten gebe, muss ich halt dann auch darauf achten, dass ich die Schlagfläche nicht nach rechts öffne. Und dann wirst du vollkommen okay sein. Noch eine sehr interessante Sache kannst du im Setup machen, um mehr Rotation zu bekommen. Und zwar, dass du mit der Nasenspitze nicht zum Ball schaust, sondern sie schon ein wenig nach rechts drehst. Da gibt es viele Golfer, die das schon erfolgreich gemacht haben. Wir fallen jetzt zum Beispiel ein, der Nick Faldo zum Beispiel, der viele Majors gewonnen hat in den 80er, 90er Jahren. Oder auch der beste Golf aller Zeiten, der hat auch seinen Kopf immer nach rechts gedreht gehabt, als er geschwungen hat. Und dieses Kopf nach rechts drehen hat einfach den Vorteil, dass ich hier eine wesentlich bessere Körperrotation bekomme. Gratis sozusagen. Es steht auch wieder nirgends geschrieben, dass ich mit der Nasenspitze beim Ball bleiben muss, den Ball immer anschauen muss und mich somit limitiere. Das heißt, bitte kontrolliere, ob es dir hilft, wenn du im Setup bereits deinen Kopf ein wenig nach rechts neigst, sprich die Nasenspitze nach rechts blicken lässt. So, jetzt kommen wir in den Aufschwung hinein und da kann man auch ein paar Sachen machen, um sich das Leben leichter zu machen. Und zwar, wenn du jetzt schon enger stehst, den rechten Fuß etwas hinten hast, dann möchtest du es auch erlauben, dass im Aufschwung das rechte Knie zum Strecken beginnt. Du hast richtig gehört, man lässt das Knie nicht gebeugt. Man kann ruhig das Knie etwas strecken lassen und damit wirst du dir auch viel leichter tun zu drehen. Gleichzeitig, während du dein rechtes Knie streckst, erlaubst du dein linkes Knie zu beugen. Und wenn dein linkes Knie beugt, dann ist es auch okay, wenn die linke Ferse etwas in die Luft kommt. Das wird dir sehr helfen, dass du das Becken auch in eine Neigung bekommst. Also nicht nur flach drehst, was ja sehr schlecht ist beim Golf, sondern auch eine Neigung hast. Und wenn ich jetzt eben meine Knie strecke und die linke Ferse hebe und erlaube, dass das Knie links sich beugt, dann bekomme ich wiederum eine sehr, sehr gute Drehung und kann das wiederum verwenden für Schleukopfgeschwindigkeit. Ja, und jetzt wäre es gut, dass du dir vielleicht auch noch diese Playliste hier anschaust. Das sind Videos von mir über Seniorengolf. Da findest du sicher sehr viele spannende Tipps. Und vielleicht hast du auch einen Golffreund, der auch von diesem Video profitieren könnte und bitte dich, dieses Video mit ihm zu teilen. Also, bis gleich dann drüben auf der anderen Seite. Tschüss! Tschüss!